Alan Huston für die Knicks und Mark Jackson, Kurt Thomas, von seiner Figur her, von seiner Statue her eher ein Forward. Miami verloren, als Miami noch so richtig schlecht war. In Golden State haben sie verloren. Das ist viel, wir sind noch im ersten Viertel. Charlie Ward, schön durch. Mark Jackson für New York. Alan Huston, schön gezogen und dann... zieht zur Grundlinie runter. Kobe Bryant ist zu spät dran, dann einmal schön gepumpt. Kann diese guten Möglichkeiten nicht nutzen. Da war die Defense, der New Yorker überhaupt nicht. Dritter Laker solche Dinge reinhaut. Und sich ja verwandelt. Wird immer stärker, Kobe Bryant. Insgesamt keine Chance für die Knicks.